Hi Fans, schön, dass ihr den Weg in den Film Retro Shop gefunden habt. Ich bin etwas durch die Gänge gestöbert und habe in den Katakomben geguckt. Und was habe ich gefunden? Ein Gremlin. Wer kennt sie nicht, die Gremlins? Aber es geht diesmal nicht um Gremlins, sondern es geht um die Beast Creatures. Das ist ein krasses Teil, das gucken wir uns jetzt an. Beast Creatures. Wenn ihr das noch nicht kennt, zieht es euch rein, das lohnt sich wirklich. Sehen Sie, der ganze Strauch ist voll. Hm, die sind gut. Aber pflücken sie nur die dunklen. Die anderen sind noch nicht reif genug. Also eine Gruppe Schildbrüchiger landet auf einer Insel, weiß sich wohin mit sich, erkundet die Insel. Und ein paar Landschaftsaufnahmen, monotone Musik und eigentlich hässliche und unsympathische Schauspieler. Aber gut, das hat man ja häufiger. An einem Lagerfeuer des Nachts werden sie angegriffen von den Beast Creatures. Und man sieht zwar nichts, man sieht nur leuchtende Augen im Wald. Und dann wird gleich die Vorahnung laut, es muss Millionen geben. Nachdem ihr schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen habt, ich habe immer gedacht, das Wasser ist das Element des Lebens. Aber ihr werdet sehen, Wasser tötet. Wasser! Ja, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, eure Freunde ist eingeschlafen, ihr habt eigentlich auch keinen Bock mehr. Aber ihr müsst trotzdem noch dranbleiben, denn das Beste kommt ja natürlich zum Schluss. Die Gruppe von Leuten, von Überlebenden, ist auf einer Lichtung und schaut in die Bäume. Und dann kommen irgendwann die ganzen Beast Creatures angelaufen, angeflogen und da werden auf die Darsteller geworfen. Und es ist ein einziges Handpuppen-Massaker. Also bis zu fünf, sechs Puppen hängen dann an einer Person, fressen sich dann überall in den Körper. Und ja, da wird der eine nach dem anderen angegriffen und angefressen und das sieht echt so krass aus. Diese Handpuppen, die laufen, fliegen, fletschen die Zähne mit ihren großen Augen. Das ist echt der Wahnsinn. Also ich denke mal, da hatte einfach eine Gruppe Barbie-Puppenmuster dafür herhalten, wurde krass geschminkt und es wurden Zähne dran gebastelt und dann einfach nur wie Sofakisten auf die Darsteller geworfen. Oh mein Gott! Was auch witzig ist, die Stimme von Homer Simpson kennt ihr sicherlich alle und einer von den Opis auf der Insel hat die Stimme von Homer Simpson. So ein knorriger alter Typ, der wird irgendwann auch gebissen und dann irgendwann rastet er aus und kriegt Schaum vom Mund und dreht durch. Und das erinnert mich an die Simpsons-Folge, wo Homer diese guatemaltekischen Irrenanstalt Pfefferschoten probiert und dann irgendwann ausrastet. Hey Messner, brauchen Sie vielleicht Hilfe? Lass sie laufen, Ralf. Er weiß, was er tut. Ja, das Ende von Beast Creatures. Ihr habt es überstanden. Toller Film. Und wer auch noch auf Monsterfilme steht, der sollte sich Boneyard angucken. Das ist auch ein krasser Monsterstreifen aus den 90ern, den es in einer schönen VHS-Edition gibt. Man sieht es schon, ein Killerpudel, Kinderleichen und dämliche Darsteller. Also es lohnt sich auf jeden Fall, es macht Spaß und ich erzähle jetzt nicht ganz so viel, ihr müsst euch das Ding angucken. Und ich, ja, ich gucke jetzt wieder ein bisschen rum, ich gucke mir jetzt weiterhin blödsinnige Filme an. Wir sehen uns nächste Woche bei Trash. Macht's gut, danke fürs Gucken, bis später. Ack!